Hallo Leute, ich bin's wieder, der Couchian. Ja, es geht weiter. Okay. Ach du Scheiße. Ähm, ja. Okay. Oh man, ich hasse dieses Spiel. Du Scheiß. Okay, ich bin gleich tot. Okay. 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 Ist ja klar, dass ich das gemacht habe. Ey. Ach man. Ich bin immer mal tot. Oh Gott. Ich hasse den Charakter jetzt schon. Das ist ein Schreier gerade gemacht. Was? Was? Ich hasse den Tod. Ey. Ich hasse den Hohans und jetzt schon. Äh. Äh. Ach Peach, verpiss dich. Ich nehme die Baluigi. Beide. Ey. Meins. Meins. Geh geschafft. klar scheiß bombe verpisst dich mal hier war irgendwann pilz war es auf der anderen seite man verpisst euch hier scheiß bomben scheiß bomben verpisst euch hier keiner burscht euch was mache ich da das brauche ich jetzt mal und bombe komm her danke schön dass du mit mir kooperiert bin ich jetzt will nichts heruntergekommen oder was so ach so man kann hier viel pilze scheiße sein geklappt herr wo land ich jetzt denn so hier gibt es wohl keine münzen aber hier die dritte münze habe ich und warte kann man nicht auf der anderen seite hochgehen darunter er kann jetzt nicht wieder hoch oder was oder muss ich klein sein um hier durchzukommen man geht wieder größer was soll die scheiße ach hier komm her scheiße ich bin gleich tot geklärt gibt dir was gibst du mir da ok wartet ok wir noch zeit muss ja mal nachgucken wie viele minuten wir haben du streckige bombe ich bring dich um hier du scheiße wenn ich jetzt wieder abkacke bist du dran ok da rasse gleich aus ok ok da kommt gleich ein scheiger das weiß ich ich schwör verletzt man war knapp hier meinst dankeschön wenn ich wieder abkacke dann seid ihr dran scheiß scheiß geiß ey oh das war knapp ok warte es geht weiter ey wenn jetzt eine bombe kommt und mich umbringt bist du dran bombe ich sag's dir du bist dran bombe wieder größer ey du es war ein teil verfolgt mich voll was los ähm 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 ok ok was war das jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ach so du warte warte ok zwei minuten in den zwei minuten lass ich jetzt meine ganze wut raus scheiß spaß soll mich doch verarschen ja immer ein ich bringe mich aber um mit peach ja viel schluss denn einer dein einsatz muss so eine kleine prinzessin die ist größer geworden die wurde jetzt eine frau zeig uns was du drauf hast ich kann lang und ich mir aber Äh, nur kurz Luigia anwählen und dann muss ich meine Aufnahme sowieso beenden Wir sehen uns im nächsten Part Tschüss